Go Vogue, Go Broke. Hertha BSC will anscheinend pleite gehen, denn man verbietet eine Fanparole, die angeblich aus der NS-Zeit stammen soll. Belege dafür liefert man nicht, dafür eine hanebüchen zusammengefürfelte Erzählung. Ja, die Sprachpolizei ist wieder am Werk und sie erfindet wieder mal kreativ irgendwelchen Unsinn, der hinten und vorne keinen Sinn ergibt. Die Formulierung gute Jagd und fette Beute ist natürlich was aus dem Angler, Jäger und bla 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 Latein und ist auch in Fußball eine generell verwendete Floskel. Findet sich aber in vielen Zusammenhängen, man fügt bei verschiedensten Sachen das Wort fette Beute gern mal an. Ja, ist natürlich ein altbackener Sprachgebrauch, ganz klar. Wer heutzutage sowas sagt wie, finde ich voll Knorke, ey, das ist ja richtig Dufte hier, ja, da ist, da denkt man so, was ist das denn für einer? Ja, da denkt man sich aus welcher Mottenkiste hat man den denn befreit? Aber auch Menschen aus Mottenkisten sind Menschen. Wenn die so altbackenfaseln wollen, lass die doch. Aber naja, ich warte drauf, dass man beim Ausspruch eines typischen Anglerglücksrufs wie Petri Heil und fette Beute, dass man da demnächst die Sprachpolizei mal wieder auf den Plan ruft. Jedenfalls ha-ho-he ist unbedenklich, wenn man da fette Beute dran hängt. Bedenklich hingegen ist aber die Bildungsfremdheit bei der Hertha. Und naja, dass das Geschichtsverständnis von Hertha BSC gleichzusetzen ist mit jemandem, der sein Diplom in der Tombola gewonnen hat, liegt auf der Hand, wenn man sich die hanebüchende Erklärung durchliest, die man sich da zurecht gemorkelt hat. Reinster Mumpitz und Kokoloris. Denn direkt am Anfang geht der Gagaismus der Erklärung schon los. Da heißt es, der Ausdruck fette Beute hat eine Geschichte im Kriegszusammenhang verbunden mit Raubzügen in den vergangenen Jahrhunderten und ist darüber hinaus in Kombination mit anderen Parolen. Und dann geht das bla 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 33er Zeug, pipapo, es soll angeblich aus der NS-Zeit stammen. Ja, schon kurios, die Zeit der Adolfischen wird hier quasi praktisch immer Jahrhunderte ausgedehnt. Ja, auch wenn diese Spinner vom tausendjährigen Reich fantasiert haben, hat die eigene Gier und Dummheit der 33er sie nicht lange an der Macht gehalten. Man merkt also an dieser Kokoloris-Formulierung schon, irgendwie wollen die uns nicht so wirklich sagen, auf was sie sich wirklich beziehen. Aber ich hab mir gedacht, forschte doch mal nach, was müssten die denn meinen? Was hier Hertha BSC wahrscheinlich meint, ist Sieg und Heil und fette Beute. Ein Spruch der U-Boot-Fahrer im Zweiten Weltkrieg, was sicherlich einige aus dem Film Das Boot kennen, aber auch eine satirische Persiflage von dem nervigen Gruß, den man gezwungen war, zur 33er Zeit von sich zu geben. Wie zum Beispiel ein Lagerüberlebender aus der 33er Zeit bestätigt. Und ja, die da oben, also die Obrigkeit aus der 33er Zeit, ja, die fand diesen Spruch wohl nicht so ganz so doll. Weil die eben den vorgegebenen Spruch herabwürdigt. Und die Formulierung Sieg und Heil bezieht sich auf den Geisel. Also natürlich nicht den Beckenbauer, sondern den richtigen Kaiser. Nein, auch nicht Roland Kaiser, sondern Wilhelm I. Ja, das ist eine Formulierung, die schon vor dem Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Und wahrscheinlich deswegen spricht hier Hertha BSC von Jahrhunderten. Und tischt uns dann diese Mumpitz-Märchengeschichte auf. Und ja, solche frei erfundenen Geschichten über was angeblich alles 33er-Style ist, ja, da gibt's zig Sachen. Zum Beispiel die Lügengeschichte zum Thema Polizei, dein Freund und Helfer. Angeblich soll das ja auch von den 33ern stammen. Stimmt aber nicht, alles gelogen. Es ist eine Idee aus der Weimarer Republik, die man auch da schon umgesetzt hat. Die 33er haben es wie üblich, wie bei fast allem, einfach nur geklaut. Ja, ähnlich wie bei Apple, wo eigentlich auch am laufenden Band geklaut und geklaut wird, waren Adi und die 33er quasi praktisch. Die Steve Jobs des einfallslosen Propagandamurks. So eigenständig wie die verzogenen Gören von reichen Bessermenschen. Aus dem links- und grün-lackierten Spektrum. Und ja, der Hertha BSC hat sich wahrscheinlich diese Moks-Geschichte, die sie uns auftischen, auch nicht wirklich selber ausgedacht, sondern die ist geklaut worden. Und zwar bei den sogenannten Anti-Fanten. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt? Dafür kann ich natürlich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es scheint schon zu sein, dass das aus diesen Reihen kommt. Denn die stören sich an einem TikToker namens Micha. Hertha BSC-Fan natürlich. Und der verwendet gerne diesen Spruch Ha-Ho-He und fette Beute. Und weil dieser Typ schon mehrfach gesichtet wurde mit Leuten, also besser gesagt Hooligans, die der rechten Szene zuzuordnen sind, auch der rechtsextremen Szene, ja, da ist man so und deswegen so ein bisschen anstößig und ist deswegen beim Verein petzen gegangen. Abgesehen davon, dass sich diese Poster zu natürlich auch auf Twitter finden lassen. Beziehungsweise Axe. Abgesehen davon wird es noch als ganz schlimm erachtet, dass dieser Micha auch Videos der AfD teilt. Plus noch ein paar andere Sachen. Und da hier nun ein Bezug zur rechtsextremen Szene hergestellt ist und da eben auch die Formulierung Sieg und Heil und fette Beute verwendet wird, obwohl es ja mal eine Verhohne-Piepelung der 33er war, das muss man sich überlegen, dass man so doof ist. Und naja, aber das ist so Böhmermann-Niveau. Na jedenfalls geht man hier nach dem Prinzip, wir denken um 20 Ecken und weil irgendwo, wer mal was gesagt hat, den wer kennt. Deswegen ist ein Spruch, der ein bisschen ähnlich ist, wie der, wo den da mal kennt von dessen Schwester, der Onkel, der Hund. Deswegen ist das, ja, NS-Sprache. Und ja, diese geistig umnachtete Herleitung, die will uns Hertha BSC natürlich nicht so im Detail sagen. Deswegen so eine schwammige Formulierung, die einer genauen Prüfung natürlich nicht standhält, die aber vom Großteil der Medien unkritisch übernommen wird und einfach so weitergeflunkert wird. Tja, wo ist da die grüne Stasi-Löschbehörde? Die müssten doch jetzt eigentlich löschen, 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 löschen. Löscht Hertha BSC weg! Aber nee, zu dieser Verbreitung von Fake News habe ich jetzt noch nichts gelesen, dass das irgendwie schlimm sein soll. Übrigens auch Medien wie zum Beispiel News, die das kritisch angreifen, gehen da bei der Recherche auch nicht so tief, wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Übrigens lustig an der Sache ist ja, dass man sich hier seitens News darüber beschwert, was hier von Kokolores veranstaltet wird, und das natürlich auch zu Recht, während aber der Reichelt selber, das Wegstreichen von Haaren aus dem Gesicht in einer bestimmten Art und Weise zur NS-Ideologie zuzählen will. Und das dann dem Höcke unterstellt, dass er dadurch der Ober-Adi ist. Und naja, wenn man jetzt das Verhalten von Hertha BSC vergleicht mit dem, was der Reichelt macht, der ja der Ober-Mufti bei News ist, äh, hehehehe, da kommt Hertha BSC tatsächlich besser weg. Auch wenn sie selber eine hanebüchende Geschichte auftischen, aber die ist wenigstens ein bisschen besser als das, was Reichelt von sich gibt. Naja, auf jeden Fall sind jetzt allerlei Leute gespannt. Das werden sich ja die Fans so nicht gefallen lassen. Und wenn man sich die Kommentare anguckt auf Facebook, Pipapo und Co., da ist schon ordentlich was los. Und naja, was beim nächsten Spiel von Hertha BSC in der Fankurve passieren wird, äh, das wird wahrscheinlich witzig werden. Und ich hoffe da auf einen großen Knüller und bin gespannt, was passieren wird. Übrigens bin ich auch gespannt, ob dieses Video tatsächlich von YouTube erlaubt wird im Sinne der Werberechtlinien oder ob man über solche Lügen nicht aufklären darf, weil dann natürlich bestimmte Wörter zu bestimmten Leuten fallen und bestimmte Erklärungen. Und wie man an diesem Video ja merkt, ich versuche möglichst bestimmte Formulierungen zu vermeiden, das mache ich ja generell sowieso, weil die Firmen, die auf YouTube Werbung machen, zwingen YouTube dazu, bestimmte Wörter zu verbieten. Beziehungsweise auch bestimmte Berichterstattung, weil man eben nicht sowas finanzieren will, weil eben Firmen Leute nicht aufklären wollen. Sie verhindern sowas. Ja, da gibt es schon mehrere Videos, die nachträglich sogar entzogen gekriegen haben, dass ich da Werbung anzeigen darf, aber es wurden auch Videos komplett verhindert. Und zwar auch zum Thema Rassismus. Übrigens, ob man Werbung zu einem Video schalten darf, das bestimmt eine automatische Software, also KI, wie das immer so heißt. Und wenn die in 20 Minuten einen Fehler findet, oder vielleicht auch danach, dann darfst du keine Werbung anzeigen. Du darfst aber an YouTube das extra schicken und dann prüfen die das nochmal und sagen, naja, hat jetzt die KI recht oder nicht. Sowas kann aber im Zweifelsfall tatsächlich mal über eine Woche dauern oder so. Und da ich dieses Video hier am 23. aufnehme, kann das also heißen, dass das Video später kommt als gedacht. Also es ist jetzt eigentlich für den 24. gedacht, weil ich mache die Videos eigentlich immer vorproduziert und dann kommen die halt am anderen Dach raus. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere sagen, nee, was jammerst du denn da so rum? Naja, ich will ja gar nicht rumjammern. Mir geht es an der Stelle nur darum, aufzuklären, wie Firmen Berichterstattungen verhindern. Ja, die erlaubte Fake-News-Verbreitung der selbsternannten Bessermenschen wird finanziert von Firmen, die das unterstützen. Und solange man die richtige Meinung hat, darf man vieles oder alles sagen. Während aber kritische Auseinandersetzungen mit einem Thema unerwünscht sind, besonders dann, wenn man es auf eine Weise darstellt, die zu wahrheitsgetreu ist oder beziehungsweise zu weit dran. Weil, wie ich es ja auch schon mal gesagt habe, ich kann ja auch Fehler machen. Und ob jetzt die Recherche, die ich gemacht habe, so 100% wasserdicht ist, da will ich ja meine Hand für nicht ins Feuer legen. Habe ich ja schon angemerkt. Von daher, vielleicht weiß ja jemand noch ein bisschen was Besseres. Das man kann immer gerne bei mir in den Kommentaren Infos hinterlassen. Am besten mit einem Link da, weil man braucht immer eine Quelle wegen irgendwelcher Behauptungen oder Äußerungen oder Tatsachen. Bipapo. Na jedenfalls wollte ich an der Stelle mal unterstreichen, dass es eben nicht so ist, dass YouTube das mit reiner Absicht macht, bestimmte Sachen zu unterdrücken. Sondern, dass das Vorgaben sind, weil YouTube muss ja irgendwo auch Geld verdienen. Das kostet alles Geld, diese Server und bla 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 bla. Und ja, ohne Moos nix los. Also sind die gezwungen, das zu machen, ob sie nun wirklich wollen oder nicht. Sprich, der wirklich entscheidende Knackpunkt bei sowas sind die werbetreibenden Firmen, die das quasi praktisch alles bezahlen und deswegen diktieren wollen, über was berichtet werden darf und über was nicht. Und das hat mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit nichts zu tun. Das ist auch keine Demokratie. Das ist, wenn dann eher, naja, Richtung 33er. Und so ist es im Endeffekt auch mit Hertha BSC, nur aber umgekehrt. Denn dass Hertha BSC das machen kann, was es macht, liegt daran, dass die Fans eben die Werbung sich anschauen, dass die Fans ins Stadion gehen, dass sie die Produkte kaufen von Hertha BSC und, 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 und. Und wenn man aber den Fans verbieten will, zu sprechen, wie in die Schnute gewachsen ist, dann ist das genau das, was die 33er auch gemacht haben. Und da stellt sich halt die Frage, wer verwendet hier tatsächlich das aus der 33er-Zeit? In diesem Sinne vielleicht in Zukunft selber mal an die eigene Nase fassen. Die Nase fassen wir das aus der 34er-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit.